Hätte man alles dann ausgewählt und dann konnte man ungefähr den Preis abschätzen da hat man es dann gleich gesetzt und den Rest dann noch mit Gold bezahlt, was war cool Da ist man dann immer, oder ich zumindest bei Gothic 1 war es am schönsten, da hat man tausende von Schwertern geschmiedet und die dann einfach verkaufen So, den extra Punkt, den duschen wir bei Redekunst ganz oben hin Weil das ist kacke, wenn die Händler kein Geld haben, so 1000 extra Gold, zack Nein, erfordert noch, leck mich fett Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weislauf bin, diese Ehre gebührt Eol und Graumähne Sein Stahl ist legendär Ich will nur eine faire Chance Kennt ihr meinen die besten Waffen und Rüstungen 1600, okay So, dann verkaufen wir mal ein bisschen was Ähm, hab ich irgendwelche Bekleidungssachen? Ja, die Silberringe, klar Die Silberringe Alter, 728 Schön Nochmal Und das Ding, so Das hat die erstmal nix mehr Und da holen wir uns schöne Verzauberung Nein Das sieht so geil aus Das eben Erzzeug Das ist Wahnsinn Ähm Stärke die Fertigkeit, schwer Rüstung zu Okay, brauch ich jetzt nicht Nee, nee Beidehändige Eingriff-Vorsorgung Schaden, nein Ähm, beidehändige Eingriff-Vorsorgung Schleichen wird um Was hat, nein Ähm, 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 ähm Ah, genau Tragfähigkeit Nehmen Okay Waffen Eihil sind deutsch Kaufen Die Axt für 520 Nee Also Nee Keine, äh, teuren Gegenstände verzaubern Bringt nicht Immer nur Schlechte Holz voller Axt War ich denn die her? Brauch ich eigentlich gar nicht Nimmt nur Platz weg Oder beziehungsweise Gewicht Oh Mach her, komm Alles wird damit Vergesst nicht Auch drinnen reinzuschauen Ich hoffe Der hat zumindest Noch andere Sachen da Hoffentlich hat er das Schild Von dem zu schlärmen Willkommen Wollt ihr euch schützen Oder Schaden austeilen? Ähm, 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 ähm Ähm, ähm, äh, ähm Ähm, 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 ähm Ich glaube, ich fühlt das Nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ja, aber diese Schadenssache Die brauche ich eigentlich nicht Da habe ich wahrscheinlich schon Fast alles Sonst Der hat das Dasselbe Wie die Draußen hat Das ist jetzt echt schade Ich Wollt ihr euch schützen? Oder sch... Ne, der hat kein Geld T Ähm, ähm, zack So, jetzt gebe ich das mal Licht an So Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt Das gefällt Was wurdest? Was ist mit mir? Ich hab... Nein, PM Oh T T Eins, zwei, drei Sechs So Jetzt dürft's eigentlich gehen Noch ein Stückchen Wir haben's bald geschafft Eins Und Yeah Haben wir immer von Acht bis Acht Waffen Genau Ich habe hier ein Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied In Weißlauf bin Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne Sein Stahl ist legendär Ich will nur eine faire Chance Und Hat angefangen mit Arbeit Jetzt Wollt ihr euch schützen Oder Schaden austeilen? Uh Schöner Zweihänder Blitzschaden Schönes Zeug Schönes Zeug Echt schönes Zeug Vor allen Dingen schon Gut verzaubert Die ist ja mal richtig gut Muss man Muss man sagen Jetzt muss man Irren Schaden Oh Geiler Scheiß Deshalb sind die so gut Die haben 100 pro alle Irgendwas Mist angelegt Das Taschendiebstahls wird um 30% Verbessert Ne Die Taschendiebstahls Hat man schon Bessere Tränke Ich weiß jetzt gar nicht Ob ich das schon hab Aber egal Bögen 30% Höheren Schaden Feuerresistenz Hey Okay Falls ich irgendwo noch Feuerresistenz finde Okay Für Für 1100 Ja genau Das wird genommen Hab ich eigentlich sonst noch was zu verkaufen Warten Ah Genau den So Noch Bekleidungssachen Ein paar Silberringe Das hab ich auch noch Ist ja nicht so Dass ich jetzt nichts mehr hab Okay Gut Die Wär ich dann Schön Entzaubern Ausdauern Kenne ich schon Ah nein 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 Obwohl Bögen Taschendiebstahl Taschendiebstahl hab ich So 1500 Für Bögen Bäh Weißt irgendwann mal Billiger bekommen Ja und drin hat er ja auch dasselbe Von daher Ist das wursch Gut Ja wie gesagt Soviel zum Thema Inventar Und so Und Shazam Ich muss nur mal gucken Wie viel so ein großer Seelenstein kostet Das wäre mal noch gut zu wissen Und Redekunst bei Och komm Ich geh dann wieder nach Riften Mach noch die letzten sieben Punkte Mit dem Bug und dann Die göttlichen Zauber und Beschwörungen Für jene die sie anwenden können So Ah klein Nein Der hat wieder nichts Wenn ihr die Entschuldigt Fühlt ihr euch Oh Fly Ich hatte euch für einen Magier gehalten Ich denke das wird euch gefallen Änderungen Schleichen Nein Ja das ist was ich ihm verkauft habe Ansonsten Der scharfste Waffe ist Entzauber Ja ja Wusste ich es doch Ja Wunderschön Ja Jetzt kann ich natürlich Resistenzen verbessern Drei schwarze Cool Was hab ich denn noch alles An schwarzen Seelen Stamm Nein Leider nur die Hm Egal Hoffentlich finde ich auf meinem Weg noch Richtig Viele coole Sachen Die meisten Läden sind von 8 Uhr bis 8 Uhr geöffnet Ja das ist klar 196 Was hab ich denn da alles verkauft Dass ich wieder so weit unten bin Cool Und ich kann 5 mehr tragen Ist auch schön 196 Ja so nebenbei die kleinen Dinger Hm gut Ah speichern So Jetzt geht es mal noch fix nach Riften Wo ist Riften? Hier unten ist Riften Immer noch nicht Riften Hier ist Riften Riften Schnell reisen nach Riften Und wir schnell reisen nach Riften Es sind nur noch 7 Punkte Dann machen wir das mal noch fix Bitte helft mir Ich werde meine Arbeit bei der Fischerei von Riften verlieren Ich brauche wirklich Was ist denn los? Boli ist ein guter Mann Er bezahlt uns angemessen Und passt auf uns auf Früher arbeitete ich in der Schwarzton Brauerei Aber Indarin und ich waren uns nie ganz grün Dieser Elf hat nicht einen Hauch von Geduld Es ist wahrscheinlich ohnehin das Beste Ich bin weit besser darin Fische zu fangen Als in einer Brauerei zu arbeiten Meine Anstellung bei der Fischerei von Riften ist in Gefahr Boli, der Eigentümer, machte mir klar, dass ich raus bin Wenn ich noch einmal in diesem Zustand zur Arbeit komme Was ist denn für ein Zustand? Ich will mir das nicht antun Aber ich kann nicht anders Vor einem Jahr habe ich Skoma zum ersten Mal probiert Und seitdem kann ich nicht mehr damit aufhören Wenn ihr einen Nailtrank für mich hättet Könnte ich meinen Körper von diesem Gift reinigen Und in mein Leben zurückkehren Na, immer doch Ich habe doch genug Heiltrankel bei Ich werde euch eure Güte nie vergessen Hoffentlich ist das ein normaler Heiltrankel Und kein Krankheitenheiltrankel Kann ich euch für euer Geschenk leider nicht geben Ach, zum Glück Und das ist ohne Schwache Oh Mann Identifiziere den Skoma-Händler von Riften Ey, Moment Ah, L? Ne, L war's nicht J So Dann tun wir den mal Hier nicht Ich muss, glaube ich, in diese Hütte rein Honigheim Oder? Ne, Honigheim war's nicht Hier auch nicht Genau, da muss ich rein Fünf Tee So Erstmal ein paar Stunden warten Okay, jetzt nochmal durch Oh ja, vielleicht zwei Und dann ist es hoffentlich offen Na ja, klar Alter Tja Das war Das mich erschreckt Ich habe einfach Das war's nicht